So, hallo Freunde, hier sind wir bei etwas Neuem und mich schreibt gerade jemand an. Ja, ich trete gleich bei. Jep. Habe nur die Aufnahme gestartet. Ja, ihr seht, ich spiele gegen Tazubat, der moderiert nicht mit. Äh, das, äh, ich, äh, ja, egal. So. Und? Und? Waiting for response from host. Ja, äh, was viele nicht wissen, ich bin ein gerne W-W, äh, nicht W-W, sondern Jogi-Oh-Spieler. Übrigens, hallo, haha. Und da habe ich doch mal gleich einen zumindest halbwegs talentierten Freund ausgesucht. Ja, hooray. Gut, äh, wir nehmen Stein. Hui, ja, das war so klar. Dann nehmen wir Schere. Ich werde das übrigens mit Musik untermalen, sonst, äh, ist das hier ein bisschen langweilig. Sag mal, das gibt's doch nicht. Äh, gleich. Falls. Ich habe übrigens gerade nochmal mein Deck. Ich spiele eigentlich immer im, äh, Advanced-Format. Aber jetzt mal, ah, schön. Im Traditional-Format. Äh, ja, so. Ich bin ja nicht nett, ne? Ich fange immer als Erster an. Haha. Und, äh, da habe ich kurz noch ein paar Karten ausgetauscht. Wie man gleich sehen wird, vielleicht. So. Und da können wir auch schon anfangen. Und das hier mag mir gut gefallen. Deswegen werde ich den mal normal beschwören. Und dann werde ich die hier setzen. Und dann werde ich noch die hier setzen. Und dann kann der Dazua mal gucken, was er dagegen macht. Ja, äh, ich rede vielleicht lieber wieder normal. Also ich spiele das Spiel schon seit Jahren, aber in der Realität nicht mehr so sehr. Deswegen spiele ich es hier online. Die Seite werde ich übrigens verlinken. Ist alles kostenlos. Sehr geil. Und, ja, dachte ich mir, ich suche mir gleich mal. Der war zum Glück gerade online, weil von dem weiß ich wenigstens, dass er was im Hirn hat. Weil, wenn ich mir irgendeinen Random-Spieler aussuche... Äh... 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 Jupp. Jupp. Das ist schon klar. Ich kenne diese Karte, glaube ich, irgendwoher. So, und hier haben wir... Ah, ja. Okay. Ja, jetzt kommt er leicht mit dem Synchro an. Das finde ich super. Das würde ihm aber nichts nützen, weil ich hier zwei nette Karten liegen habe. Wenn er die nicht wegmacht, dann rennt er direkt rein. Ach, den habe ich auch. Haha. Na, was macht er? Greift er an? Der hat zwei Fünf. Das ist schön. Das heißt, die hier bringt mir nichts. Ha, ha. Huhu. Huhuhu. La, 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 la. Ja. Ja. Kannste gerne machen. Weg ist weg. Naja. Bam, 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 bam. Ich habe mir gerade lauter Sonic-Shorts angeguckt. Ja, ja. Das ist mir schon klar. Komm ruhig wieder her. Das ist nicht wichtig, denn... Ich mache jetzt erstmal was Böses. So, mal genau angucken. Wenn das Spelltrap, Spelltrap-Effekt... Da, da, da. Äh... Das ist mir egal. Deswegen werde ich jetzt erstmal den hier normal beschwören. Ich habe gerade mal was weggeschwört. Und jetzt... ...werde ich... ...die hier mal sehr schön... ...dingens... ...äh, hier. Aktivieren. Und mal dem seine Angriffspunkte halbieren. Und das gefällt mir dann nämlich sehr gut. So. Was mache ich als nächstes? Ich denke mal, das wird... ...äh, hier. Gut, gut, gut. Dann... Hm. Mache ich noch irgendwas? Ne, das passt schon so. Dann fangen wir mal hier an. Dann hat der jetzt noch... ...äh... ...1250. Und dann... ...äh... ...machen wir den hier... ...attack... ...und hier... ...activate. Ja. Jedenfalls, äh... ...mein Monster. Auf... ...skillt. Jo. Und ich denke, das dürfte so passen. Äh... ...2900... ...minus... ...1250. Das macht, äh... ...1700... ...1650. Äh... ...LP. So. Das läuft ja schon mal gut. Und Musik wird das wesentlich spannender sein, als es für mich gerade ist. Ha, ha, ha. Und der greift natürlich noch direkt an. Yay! Das läuft ja schon mal richtig gut. Ha, ha, ha. Sehr schön. Ach ja, die kommt übrigens mal auf den Friedhof. Und dann, äh... ...mache ich auch schon mal, äh... ...hier. End-Turn. Das läuft ja schon mal alles nicht schlecht. Hauptsache, er kommt jetzt nicht mit irgendwas Dickem angefahren. Wenn er jetzt tatsächlich keine Monster hat, das wäre dann, äh... ...ne, er hat schon welche, das ist klar. Ah, was war das? Ah, naja, die haben jetzt gerade noch... ...Dickem 1, Dickem 1 zu einspielt. Also ein schönes Drachendeck. Ich hab immer früher mal Zombie-Decks gespielt, aber mittlerweile... ...ja, das kann's machen. Das ist schon okay. Lalalalalalalala. Bin ich mit einverstanden. Na, was macht er? Ja, das kannst du auch machen. Yay, das, denke ich mal, war effektiv jetzt. Doch, das war gut mitgedacht. Respekt, mein Freund. Respekt. Gedacht. Ja, das ist mir jetzt aber nicht so recht, weil der jetzt eins meiner Monster pulverisieren wird. Und das mag ich nicht. Hoffentlich pulverisiert er jetzt nicht unbedingt den Tuner, weil den bräuchte ich noch. Ja, ja, Moment. Moment mal, bitte. Ich muss mir die Karte erst mal angucken. Ist mir recht. Ja, jetzt fängt er an, gemeint zu werden. Warum machst du das? Das ist nicht nett. Nein. Böse. Nein. Lieb doch so schön. So, dann verlier ich 1000. Und weg damit. Und hier minus 1100. Und weg damit. Tja, so kann es laufen. Aber noch bin ich leicht höher mit meinen Lebenspunkten. Noch. Hm. Bitte gib mir eine gute Karte. Ja, das ist gut. Das gefällt mir gut. Hm. Aber was genau mache ich jetzt? Ich guck mal kurz hier rein. Ich hab nämlich gar kein Lichtmonster da drin. Das heißt, ich werde mal eben den setzen und sonst gar nichts machen. Das gefällt mir grad nicht so gut. Ha. Ha. Oh, das ist eine schöne Karte. Die gefällt mir. Die kenn ich. Die mag ich. Weil einmal hab ich auch ganz kurz den Drachendeck gespielt. Und da kam sie mir ganz in Handy. Ach ja, muss ich noch kurz fragen. Äh. Einzell-Duell oder Two of Three. Ja, das kannst du auch machen. Äh. Okay. Das dachte ich nämlich auch grad. Ups. Ja. Echt? Ja, ja. Immer langsam. So. Flip. Und Two Graves. Und ich gucke mal eben, äh. Ah ja. Ich sag gar nicht. Äh. F. Äh, ja. Ich weiß. Ich weiß. Minus, äh. 3000. Äh. View. Dann gucke ich mal eben mein Deck durch. Und gucke mal, was ich dann nehme. 1500 oder weniger Angriffspunkte. Ich bräuchte irgendwas. Ja, doch. Das da. Das wäre obwohl. Hö, hö, hö. Hm. Ha, 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 ha. Da könnte ich. Doch, das könnte klappen. Ich nehme, äh. Den mal auf die Hand. Und schuffle dann. Ach ja, wird schon geschuffelt. Das ist schön. Sehr schön. Und dann bin ich dran. Ah. Ho, 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 ho. Daraus kann man doch was machen. Äh. Hier ist leider immer noch kein Lichtmonster drin. Das gehört aber nichts weiter. Dann hör auf die. Da, 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 da. Das ist schön. Und was machen wir? Okay. Dann heißt das. Ich gucke mir nochmal vorsichtshalber den hier an. Äh. Glaube ich. Ne, das ist schon in Ordnung. Das heißt, ich werde den jetzt normal beschwören. Und werde... ...in die Battlephase gehen. Äh. Black Wing. F. Auf. Light. Äh. Pulsar. Äh. Vielleicht auch richtig schreiben. So. Haha. Sehr, 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 sehr schön. Das gefällt mir gut. Weil jetzt kann ich den nämlich mal platt machen. Und wenn er nächste Runde mit seinem... Wieso sollte das nicht funktionieren? Ach so, stimmt ja. Ach, stimmt ja. Haha. F. F. Hahaha. Riech immer wieder. Ja, okay. Dann ist das aber egal, weil ich einfach so mache. Haha. Immer diese neuen Karten. Für mich sind sie neu. Sind sie wirklich? Ich habe lange Zeit nicht gespielt. Ich spiele jetzt erst hier dabei seit ein paar Wochen. Ja, ja. Das ist okay. Das war für der... Ich will nämlich, dass der Starke da mal eben, äh... Ja, übrigens, äh, hier minus tausend. Da hat er... Ah, tausend. Zweihundert. Das ist gar kein Problem. So. Äh, nö. Nicht so. Hahaha. Haha. Huhuhuhu. Hehe. So. Hehe. Und schon sind wir wieder auf ungefähr gleichem Niveau. Und jetzt bin ich glücklich, weil ich ganz einfach mal... Ach ja, übrigens hier Friedhof. Äh, weil ich ganz einfach mal, äh, den hier spiele. Ja, ich bin glücklich. Hehe. Das läuft jetzt... Das könnte noch knapp werden. Wenn er jetzt nicht irgendwie Monster noch parat hat. Dann... Äh, Moment. Äh... Ja, okay. Das ist schon gut. Äh. Hm. Ja, dann habe ich jetzt den Arsch offen. Dann habe ich jetzt hier höre ich den Arsch offen. Ich gucke nochmal kurz hier durch. Ja, ich habe immer noch kein Lichtmonster. Oh, Kacke. Nein. Äh, ja. Na, super. Ja, Mensch. Das war's. Ich kann mir gleich mal 999.000 HP abziehen. Äh, Lebenspunkte. HP. Tja, das war's wohl. Och, Mensch. Ich dachte, ich gewinne meinem ersten LP. Poser. Hahaha. Ja, ja, schon. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ja, ja, ja. Ist gut. Hahaha. Nur weil das kann. Super. Willst du mich in meinem eigenen LP ownen? Hahaha. Hahaha. Ja, Mensch. So ist Hasu bei so drauf. Ihr müsst ihn alle deabonnieren. So ist er drauf. Jetzt seht ihr es mal. Tja. Ja, siehst du? Ja, das dachte ich mir schon. So. Tja. Hahaha. Wo ist mehr? Kann es gehen. Tja. 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 Ja, ja. Ich weiß. Ne. Möp. Tja. So kann es wohl gehen, liebe Freunde. Hm. Etwas blöd gelaufen. Ich denke mal. Die neuen Karten bringen doch was. Neue Karten kennen scheint doch ganz gut zu sein. Was? Tja. Ich kenne nämlich fast nur die alten Karten. Ihr könnt auch mal mein Deck mal eben hier. Könnt ihr mal eben angucken. Ihr werdet sehr viele alte Karten erkennen. Sehr, sehr viele. Slade Warrior, Monster Reborn natürlich im Morphing Jar und dann die ganze Kacke. Ja. Hilfe. Tja. Und das war's dann wohl. Mein Deck ist im Grunde auf den Scherzen vorgelegt. Ausgelegt. Ja. Das hab ich mir beinahe schon gedacht. Weil wenn ich das Ding hier sehe, dann krieg ich schon immer einen Rappel. Weil wenn man so ein Rotaugen-Dings gut spielt, dann ist es blöd. Tja. Was nun? Belassen wir's dabei, oder? Mal sehen, ob er jetzt ein 2-of-3-Mack spielen will, oder einzeln. Ich dachte, er ist mal einzeln. Äh. Ja. Ich labere Kacke und rede darüber, wie schlecht ich doch eigentlich bin. Tja. Also, Rematch. Was? Weil dann könnte ich ein bisschen meine Ehre verteidigen, dass ich hier nicht in meinem allerersten LP hier mal eben, äh, lose. Das wäre Kacke. Ja, ja, das, äh, ist schon, okay. Ich hab gar nichts im Side-Deck. Also, äh, passt schon. Und ich fang an. Diesmal mach ich dich fertig. Diesmal aber. Ja, mal sehen. Vielleicht. Ah. Hm. Okay, dann denke ich mal. Ich werde... ein bisschen gemein sein und den hier setzen. Vielleicht klappt das ab auch. Und setze dann noch die hier. Und setze auch die hier, weil man weiß ja nie. Und dann beende ich den Zug. Ich spiele übrigens ein klassisches Beatdown-Deck mit ein bisschen Chaos-Elementen, die man wahrscheinlich merkt. Weil Chaos und Beatdown sind meine bevorzugten Stile. Stilrichtungen in dem Spiel. Ja, ja. Na komm. Was willst du gegen mich ausrichten? Ach, jetzt schon wieder. Jetzt leck mich doch. Ja, ja. Ja, ja. Das kannst du ruhig machen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Nochmal. Ja, das kannst du machen. Na komm. Jetzt fang an. Ich will sehen, ob du mich nochmal platt machen kannst. Ich habe mir diesmal einen kleinen Plan zurechtgelegt. Hoffentlich klappt der auch einigermaßen. Ich glaube, ich bin eh aus der Übung. Ja, okay. Ja, 2000er Angriff. Nicht schlecht. So, aber erstmal. Hey, wait. Mal kurz warten. Er hat nämlich hier beschworen. Me got a trap for someone. Das ging einfach schnell. Naja, eigentlich war ich jetzt zu langsam. Naja, ich war eigentlich zu langsam. Da, hier, guck. Luki. Gut. Sorry, war vom Kommentieren abgelenkt. Ja, das passiert mir tatsächlich nochmal. Ich meine, deswegen renne ich übrigens in Assassin's Creed auch gegen Wende. Cool, wa? Ja, ja. Renne in Assassin's Creed auch deswegen gegen Wende. Okay, und ich habe Scheißrechtschreibung. Äh ja, wie auch immer. Das ist übrigens ein Tuner und das gefällt mir gerade sehr gut. Ja, das ist geil. Das ist geil. Danke. Nett von dir. Ja, und wir machen mal Flips zusammen. Und jetzt geht's los. Und ich werde übrigens mal, äh, hier... Weg mit der dummen Scheiße. Das nervt mich. Weg damit. Tschüss. Hau ab. Los. Weg. Weg. Danke. Die nervt mich nämlich. So, und jetzt werde ich richtig loslegen. Jetzt kommt nämlich mein Plan. Jetzt werde ich... Äh... Mal kurz hier reingucken. View. Da brauche ich nämlich einen Tuner und einen Nicht-Tuner. Und dann acht Sterne. Und dann werde ich nämlich den hier beschwören. Und dann werde ich... Ja, ihr werdet schon sehen. Äh... Kommt noch besser. So, jetzt... Mal sehen. Nochmal Summonen. Und dann Level 8 Synchro. Dann, äh, schicken wir den mal auf den Friedhof. Und schicken wir den mal auf den Friedhof. Und Special Summonen. Höllen Angriffspositionen hier. Voll krass. Viel hier. Guck mal da, ey. Siehst du das, Tazowa? Siehst du das? Nein. Äh, und dann... Ich stehe an ihn. Und dann... Special Summon... Chaos Sorcerer. Tja. Und dann werden wir den hier banischen. Und dann werden wir den hier banischen. Und dann Special Summonen wir den hier. Hö, 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 Hö. Das gefällt mir gut. Äh... Ja, okay. Und hier? Nee, nichts Besonderes. Und jetzt schön mit beiden angreifen. Hö, 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 Hö. Das dürfte sitzen. Hi, hi, hi. Na also, geht doch. Gut. Und dann beende ich mal meinen Zug. Und ich hoffe, dass er jetzt nicht irgendwie zufällig ein schwarzes Loch auf der Hand hat. No black hole, please. Das wäre jetzt nämlich kacke. Dann wäre das alles weg. Ach, und ich hätte mal... Ach, kacke. Ach, nee. Nee, hätte ich nicht können. Ach, egal. Stimmt, hätte ich gar nicht. Okay, ich habe schon richtig gemacht. Ich dachte, ich hätte das gebanischte Monster. Das Lichtmonster. Mal eben an meinen Stardust Dragon ausrüsten können. Wegen dem Effekt. Aber ich musste es ja banischen. Von daher geht das nicht. Bam, 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 bam. Ich denke immer noch an die Sonic Shorts. Was hat er jetzt vor? Er guckt schon wieder irgendwelche gebanischten und Friedhofkarten durch. Na? Ich warte. Ah, okay. Mal sehen, ob es jetzt doch wieder rumreißt. Ah. Ah. Moment. Ja, okay. Das ist schon mal eine Option. Ja, okay. Ja, ja. Ist schon gut. Auf jeden Fall da irgendwas vor. Ja, ja. Synchro-Layer 7. Das ist mir schon irgendwo klar gewesen jetzt. Aber. Ich hoffe mal. Ich kann auch in der nächsten Runde... Ich habe was vor. Ihr werdet vielleicht sehen, was, wenn es klappt. Ich brauche dazu bloß eine von ein paar bestimmten Karten. Weil ich habe jetzt ungefähr, naja, im Kopf, was er vorhaben wird. A ferocious dragon with a deadly attack. Na, da komm. Dann, äh, Synchro mal. Oh, den mag ich nicht. Den mag ich gar nicht. Naja. Okay, was machst du? Du wirst meinen Chaos-Sorcerer wahrscheinlich angreifen. Außer du hast nur irgendeine Ausrüstungskarte oder Schnellsauberkarte, mein Freund. Ich rede die ganze Zeit mit jemandem, der nicht antworten kann. Bin ich dumm? Ja, ich bin dumm. Hihihi. Brrrr. Na? Na? Kommt noch was? Ich bin gespannt. Bring it on, Punk! Ja? Boom. Äh, nein. Jetzt. Das, äh, nein. Nicht das Boom, was ich denke, oder? Äh. Äh. Boom. Ich habe jetzt einen Verdacht, was man im Boom mehr meint. Warte mal. Warte mal. Ach so, ach ja, alle. Okay. Ähm. Ähm. Ach nee, warte. Moment. Äh. 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 Ohne N. Lalalala. Lass mal schön deinen Drachen liegen. Kannst deinen Drachen wieder haben. Und am Ende des Zuges kommt er wieder. Stardust-Effekt. Ja, dann ist ja sein Monster auch nicht tot, fairerweise, ne? Aber dafür kommt meins am Ende des Zuges wieder. He, he. Aber vielleicht kann er das auch noch irgendwie schlagen. Mann, ich habe das Spiel lang nicht mehr so intensiv gespielt, so richtig. Okay, ich verliere 100. Und ins Friedhöflein. Stardust-Effekt. So. Und hallo. So, und jetzt. Jetzt könnte ich gemein werden. Das könnte ich sehr gemein werden. Ja, doch, ich nehme Yatakarasu. Ja, komm. Hallo. Das ist eigentlich ein bisschen gemein. Das macht man eigentlich nicht. Aber naja, was soll's. Bin ich fies? So. Hehehe. Ich finde es auch gerade lustig. Hehehe. So. La 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 la. Und dann bitte nochmal. Verliert. Der Tazo war 100. Und dann bitte mal Direktattacke. Hihi. Keine Draw-Phase für dich. Hehehe. Ich liebe Yata. Tja. So. Und der kommt zurück, äh... Auf die Hand, denke ich mal. Ja. Ach ja. Ja, hätte er... Ja, hätte es so skippen müssen. Hättest du das Häkchen unten wegmachen. Häkchen weg. Gumpelino. Tja, ich bin wirklich fies. Jetzt kann ich ihn, äh... Eigentlich mit Yata und dem fertig machen. Reicht das schon? Obwohl, ne. Ich befürwere einfach den hier. Was soll's. Nochmal Summon. Und tschüss. Und tschüss. Tja. Diesmal war ich wohl besser. Yay. Hehehe. Eins, eins. Na also. Ist doch wohl ein ganz ausgewogenes Match hier. Mein Beatdown, der klappt noch ganz gut. Das ist übrigens sehr, sehr ähnlich zu dem, was ich original hatte. Klar. Machen wir also auf ein Rematch. Mal sehen, wer jetzt mit 2 zu 1 hier hinfortschreiten kann. Das ist ja jetzt doch hier nochmal sehr interessant. Dann Siding und er Sided noch. Na und jetzt darf er aussuchen. Ja, wer hätt's gedacht? Wer gilt als Erster? Offensichtlich kann ich es noch einigermaßen. Offensichtlich. Gut, aber Yata Garasu war es auch sehr hilfreich. Sehr, sehr hilfreich. Die Karte ist echt ein bisschen übermächtig. Deswegen spiel ich fast lieber im Advanced-Format. Aber nur fast. Traditional macht auch sehr viel Spaß. Ich hab jetzt übrigens nicht mal... Ein paar Standard-Traditional-Karten hab ich nicht mal drin gerade. Zum Beispiel wie Hexe. Die hab ich irgendwie grad gar nicht. Hexe im Schwarzen Wald. Ich weiß nicht wieso. So. Was hätten wir denn hier? Ich glaub, ich mach das erstmal ganz simpel. Wird den einfach mal normal beschwören. Beatdown-Taktik. Ganz standardmäßig. Ich warte kurz, ob er was macht. Man will ja fair sein. So. Und dann, äh... Greifen wir mal an. Und hat er jetzt eine Falle? Komm. Falle. Na komm. Ja, ja. Ist gut. Komm. Wer hätt's gedacht. Äh... Aber ich geh dann mal in die Mainphase 2. Äh... Wer hätte... Das gedacht. Ich nicht. So. Ich denk mal, ich werd mal... ...den hier aktivieren. Und mir hier meinen Slate-Warrior. Meinen Schieferkrieger zurückholen. So. Und dafür diskarde ich einfach, äh... ...die hier. So. Und dann, äh... Setz ich nochmal zwei Karten. Ich setz lieber beide, weil wenn er eine kaputt macht, hab ich immer noch eine Alternative. So. Ich krieg die Phasen manchmal lieber direkt, äh... ...nochmal ein bisschen an, damit der Gegner Zeit zum Agieren hat. Falls er doch irgendwas hat. Was für eine Phase gilt. Naja. Aber wenigstens kann man hier... Ach, und schaut übrigens einer zu. Sintoras, hallo. Na. Könnt ihr auch lesen, was wir schreiben. Schreiben? Läh? Läh? Ich hab kein Sprachorgan. Läh? Und jetzt sind wir noch in der Draw-Phase. Wie überlegt offensichtlich. Was machst du denn? Soll ich dir meine Falten um die Ohren hauen? Soll ich das? Gut, dass du mich nicht hören kannst, denke ich mir übrigens gerade. Oh, warte kurz. Ja, ist doch gut. Warte doch mal. Hier, komm, da. Bitte schön. Bitte schön. Ich liebe es, in Yu-Gi-Oh! gemein zu sein. Ich liebe es einfach. In Yu-Gi-Oh! Gemein sein ist klasse. Das ist aber wirklich das das Schönste an dem Spiel, wenn man den Gegner alles versauen kann. Das ist aber das Schönste. So, und hier, der war... Okay. Dann machen wir hier mal Normal Summon. Gehen ins Bettelchen. Und greifen direkt an. Sieht ja schon mal wieder ganz gut aus. Vor allem, weil ich noch eine Falle bereitliegen habe, falls doch noch was passieren sollte. Da bin ich ganz zufrieden mit. Und gleich kann ich mal meinen Delta Flyer beschwören. Die Stufe von einem Monster um eins erhöhen. Und schon habe ich wieder meinen schönen Stardust Dragon auf dem Feld. Oder ich... Oh, ich beschwöre einfach den hier und zerstöre sein Monster. Was auch immer er liegt. Ja, ja, das kannst du ruhig machen. Das ist eh gleich tot. Ich liebe Sabok. Sabok ist eine schöne Karte. Ja, ja. Schon klar. Dies weiß ich schon. Ja, ja. Dann weg damit, weg damit, weg damit. Äh, nee. Das glaubst auch nur du. Das werde ich eh gleich. Moment mal. Äh, nee, 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 nee. Hä? Ah. Effekt, warte mal. Was macht er? Okay. Jupp. Okay. Moment. Ach doch, ja, okay, okay. Schon richtig. Schon richtig. Alles richtig. Ich hab mich grad nur kurz verlesen. Bei dem Karten-Effekt von Dark Flair Dragon. Ich kenn den deutschen Namen gar nicht. Okay. Red Eyes of River. Wieder so ne rot-aurendrache Kopie. Und was will er von, äh, Dingens? Äh, nö. Hier. Da. Ja. Ich bin gemein. Ja, ich weiß, ich bin gemein. Ich weiß, ich bin ein Arschloch. Ich hab mich auch noch nicht. Hä? 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 Ach ja, wüsste ich erstmal aus. Okay. Also, plus 500. Also, hat wargisch nur 200 verloren. Hat. Äh, also... Okay, das ist aber mir eh egal. Sowieso vollkommen egal. Weil ich ganz einfach den hier opfere. Und den hier normal beschwöre. Sarborg-Effekt. Hehe. So. Und dann gehen wir wieder in die Battle-Phase. Und greifen direkt an. Hihi. Läuft schon wieder so gut. So. Und fertig. Beatdown bringt's immer noch. Classic Beatdown sogar. Ah, okay. Schon gut. So. Jo. Schon klar. Na, was machst du gegen meinen Sarborg? Ach so, regelt der das. Okay. Schon klar. Ist irgendwie einfacher, weil sonst mischt er immer die Hand durch. Man muss sich immer alles merken. Zumindest glaube ich, dass er es deswegen gemacht hat. So. 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 Warte nu. Ah, okay. Äh, dann werde ich einfach mal, äh, den hier normal summonen. Und dann, ja, ist es eigentlich auch vorbei. Dann greift der direkt an. Und dann greift der direkt an. So. Tja. Tja. Ich glaube, das war's. Bin überrascht von mir. Du aber auch. In der ersten Runde hat er mir wirklich, äh, ziemlich hart eins auf die Fresse gegeben. Vor allem, weil es am Schluss, ah, da hat mich so geärgert. Kann man auf LP ja mal wiederholen. Ah, schön. Und ich zeige ihm auch mal, äh, Dingens, äh, meine Hand. Hehe. Dann kannst, äh, Re Warten, schreibt man das so? So oder so haben. So, Freunde, das war's auch schon. Ich weiß, ich hab viel mit dem PC geredet und wenig mit euch, aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Vor allem die Yu-Gi-Oh! Freaks. Ich muss mich noch ein bisschen in das Spiel einführen, Moderatoren-mäßig. Wächstes hab ich schon mal einen guten Gegner gehabt. Jo. Mal sehen. Mal sehen. Ja, da gibt's sicher mal eine Revanche. Ganz sicher. Aber Beatdown bringt's. Ich bin gut mit Beatdown. Ich reg's euch, äh, Chaos Beatdown, nix. Okay, Freunde, das war's dann auch schon. Wir sehen uns das nächste Mal in irgendwas. Vielleicht, ich glaub, ich mach bald mal wieder im Vlog. Okay. Äh, ja. Klar. Mach ich. Da Tazua, Tazua sich das auch angucken kann, wie dilettantisch ich moderiere. Ja, ja. Dann siehst du mal, wie übel, äh, kacke, übel ich moderiere. Ja. Ich kann auch kein Deutsch. Also, Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Das war der Tazua, der nicht mit moderiert hat. Muss er ja auch nicht. Ist ja mein Let's Play. Ich bin besser. Nein, bin ich nicht. Ah, vergib mir. Vergib mir. Okay. Und dann sag ich mal im Namen von Sabok. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Servus.